Willkommen in der Welt des leckeren Essens. Heute bereite ich ein ziemlich einfach gemachtes Lehrlingsrezept vor. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie empfehlen, das Video bis zum Ende des Videos anzusehen. Fangen wir an, unseren Teig zuerst zu kneten, um 1 Tasse warme Milch in einem geeigneten Knetbehälter zu nehmen. Dann füge ich ein halbes Glas warmes Wasser hinzu. Nachdem ich Halbwasserglas flüssiges Öl auf 1 Packung Backpulver und 1 Teelöffel Salz hinzufügen. Zuerst vermischte ich flüssige Materialien wie folgt. Übrigens, wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind und Sie können mir Unterstützung geben, indem Sie meinen Videos zum Ende folgen. Lassen Sie uns nicht vergessen, den Rington zu verlassen, um sofort von schönen Rezepten informiert werden. Es kann die Variabilität nach der Qualität und Marke des Mehls anzeigen. Ich benutze insgesamt 4,5 Tassen so allmählich überprüfen. Lassen Sie uns kneten, bis Sie eine weiche Konsistenz-Teig erhalten, indem Sie den Teig in einer Weise hinzufügen. Nach Zugabe von Mehl habe ich 1 Teelöffel Salz und 1 Packung Backpulver hinzugefügt und beginnen Knetvorgang. Wie schön wir den Teig kneten, bekommen wir die besten Ergebnisse. Ich werde den Teig weiterkneten, bis der Teig genug im Knetbehälter ist. Dann werde ich kneten, bis ich ihn auf meinem Tisch vermisse. Und wie du jetzt sehen kannst, lass uns unseren Teig kneten, bis der Teig im Knetbehälter ausreicht. Ich bestreue etwas Mehl und Knetvorgang holen wir. Uns einen ziemlich weichen Konsistenz-Teig, der leicht haftet. Wie wir wollen, teile ich. Die Tricks, soweit wir wollen. Aber wenn Sie ein Fragezeichen schreiben, das in Ihren Geist eingefügt wird, können Sie so schnell wie möglich zu Ihnen zurückkehren. Wir schredderten den Teig nach ein bisschen Mehl nach. Dem warten überhaupt, ich nicht trennen die Ankunft an erster Stelle. Dann werden wir die Teile machen, die ich alle gleichmäßig in die Beze machen werde, glatt, indem wir sie in unsere Hände rollen. Es wird durchaus Komfort bieten, wenn Sie unser Tuch öffnen. Sie können die Größe der Größe anpassen, wie Sie das siebengleiche Tuch insgesamt trennen möchten. Nachdem Sie es vorbereitet haben, machen wir es richtig. Nachdem Sie es vorbereitet haben, ich bekomme es auf einem geeigneten Teller. Vergessen wir nicht, eine Menge Mehl zu Gold zu bestreuen, sonst kann es kleben. Nachdem Sie die Registerkarte genommen haben, werden Sie sie mit einem Tuch abdecken und sich für ca. 10 Minuten entspannen, damit die Bienen leichter geöffnet werden. Bereiten wir die innere Hormage. Sofort, wenn wir unsere Tücher. Etwa halb Kilogramm Spinat hören sehr gut. Wir kümmern uns darum, sehr gut gewaschen zu werden, sonst kann es nicht der Geschmack. Unsere Soroks in Insekten sein kann Steine wie Säure. Also kümmern wir uns um das Waschen sehr gut. Ich war schön verbrannt, und sofort nachdem es ausgefallen war, hatte ich eine kopftrockene Zwiebel fein gehackt. Und ich füge sofort Gewürze hinzu. Ich habe Salzflocken und Pulverpfeffer als Gewürze. Verwendet Sie können alle Gewürze verwenden, die Sie suchen. Ich füge ein halbes Glas flüssiges Öl auf der Innenseite hinzu, nachdem ich ihm etwas hinzuzufügen. Rühre es sofort, bis es mit einem extrahiert wird. Mischen wir Soax-Reiben auf diese Weise. Weil wir den Röstprozess nicht gemacht, die Spinats werden leicht groß bleiben. Deshalb werden wir unsere Bienen sofort nach dem Rühren öffnen, bis jeteri. Ich bekomme ein Stück Wut und ich werde die Menge Frosthärte auf dem Gold öffnen. Nachdem ich mithilfe der Ragemi Oxlava geöffnet habe. Sie können diesen Prozess auch mithilfe der Rolle tun. Wenn Sie meinen Teig in einer Weise öffnen möchten. Wie Sie sehen können, gebe ich das Wachstum von Bezemin, indem ich den Pfeil nach vorne zurück, dann werde ich schneller Wachstum durch die Füllung der Oxlava. Ich teile die Tricks aus meiner Hand mit dir. Aber wenn Sie ein Fragezeichen schreiben, das in Ihren Geist eingefügt wird, können Sie so schnell wie möglich zu Ihnen zurückkehren. Ich öffne den Klote in ca. 60 cm, nach der Größe des Klot. Der Öffnungsvorgang wird sich ändern. Wir kümmern uns darum, den Klote ganz dünn zu öffnen. Ich schmiere jeden Ort mithilfe einer Pinsel. Gleichmäßig nach dem Öffnen des Tuchs genug. Ich möchte Butter oder Margarine verwenden, wenn Sie flüssiges Öl verwenden möchten. Trenne ich es nicht auf die beiden, nachdem ich jeden Platz gleichmäßig schmiere. Ich benutze Roulette, um dies mithilfe von jedem Messer zu tun, kann ich diesen Prozess aus den mittleren Teilen des Tuchs tun. Ich benutze eine große Menge von Nasspanak können Sie wirklich. Ein sehr leckeres Rezept aus diesem Rezept können Sie auch viel in Eis speichern. Es schützt die erste Frische nach dem Entfernen und Behalzen. Ich bin ins Nest geschachtelt, sobald du nach dem Platzieren der Spanne siehst, also falten wir den ganzen Weg und geben dann eine Rosenform. Die Konstruktion ist ziemlich einfach, aber auch ein sehr leckeres Rezept ist auf jeden Fall zu versuchen. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie mein Rezept mögen, teilen Sie es. Bitte mit Freunden und Freunden, die Sie drucken möchten, wie Schlüssel. Dieses Rezept ist ziemlich lecker, wie Sie sehen können, das, nachdem Sie es in Rollenform. Ich bin bereit, das andere mit der gleichen Methode vorzubereiten, die ich für Sie geöffnet habe und ich gehe von Öl auf die gleiche Weise. Dann breche ich die beiden und lege sie auf beiden Seiten der Spinat, inzwischen die Liste der Materialien zu erklären. Ich füge genau wie üblich hinzu, da es auch einen Blick auf dieses Rezept gibt oder wenn Sie Frühstück in 5 T-Stunden mit Ruhe des Geistes wollen. Wenn Sie frühstücken möchten, können Sie mit Ruhe bei 5 T-Stunden konsumieren. Oder Sie können mit Ruhe des Geistes bei 5 T-Stunden konsumieren. Ich falte es sofort in der gleichen Weise, nachdem ich es in den Kindergarten gelegt. Es ist ziemlich so, wie Sie gesehen haben, dass Sie suchen, wieder zu biegen, nachdem Sie es voll Rollen gemacht. Da ein einfaches Rezept handöffnen ist, müssen Sie so tun, dass Sie auch einen Geschmack haben. Ich möchte dieses Rezept gleichzeitig köstlich vorbereiten. Nachdem ich in der gleichen Weise gefaltet und vorbereitet meine alle Blicke sofort. Nachdem ich alles in der Ofenschale platziert habe ich ein Papier gesprengt. Einmal nahm sich ein Eigelb vom Eigelb in die Zukunft. Vorerhitzt 200 Grad Ofen zu 6 und überfreie ich etwa 35. Ich koche in Minuten, damit wir sicher kontrolliert werden. Ich war jetzt unglaublich nett zu dem Mädchen wie nah wie ich sehe, wenn ich Börekler. Gekocht, aber auch ein sehr leckeres Rezept. Heiß im Moment empfehle ich Ihnen wirklich, ausprobieren. Ein tolles Rezept der Innenseite des Funkens. Es war ein großartiges Rezept, wie man sieht, dass es keinen Teig an Sehre gab. Ich möchte noch eins zeigen, ohne irgendwelche Fragezeichen in Ihrem Geist, das unglaublich flauschig. Ich hoffe, ich werde nach einem Rezept in einem großen Rezept heute angesprochen. Lassen Sie alle, die versuchen, in meinen nächsten Videos, von jetzt an zu diskutieren, um Affinität zu erhalten.